Was machst du das? Ach, hallo hoch! Teeeschweiße! Danke, Oli! Ah, verdammt! Teeeschweiße! Aua! Hallo! 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 Oh yeah! Mein gutter! Hahaha! Das ist gut, nein! Ja, das ist gut! Ja! Ah! Danke! 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 Ja! Ja! Hahaha! Oh, ey, das soll aussehen! Nein! Danke! Leider! Hup! 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 Hallo! Hup! 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 Ich kann nicht anliegen, Gott. Ich krieg dir einen Hund mit Fressen. Kannst du mal helfen? Nein. Okay. Ich schick den Basti hin. Schick mal den Bernd hin. Wie ist das schon? Dani, kriegst du hin? Sind jetzt alle da? Käsekuchen! Was? Käsekuchen? Sind alle da? Käsekuchen? Dani, der Käsekuchen hat gesagt. Und hier die ganzen Betreue! Hier! Was? Sind alle Kumpen komplett? Ja! Kommen Sie anfeuern! Anfeuern! Hallo! Hallo! Lukas! 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 Ah! Ja! Dani, hier hin! Ich sehe das als persönlichen Anschlag. Ich hab das Ding noch gewohnt. So, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein bisschen... Okay, die Kamera steht jetzt da. Könnt ihr die Kamera retten? Wieso denn? Gruppe 5! Gruppe 5! Auf geht's! Ich habe hier Kekse auf dem Boden, das ist nicht so gut. Was? Das war schwer, oder? Dani! Ich hab das Ding noch... Jana, ich hab das Ding noch im Mund gehabt. Was redet ihr jetzt? Der Teebeutel? Teebeutel! Wir sind richtig! Wir sind richtig! Wir sind richtig! Gruppe 4, bitte! Wollen wir den Teebeutel mal aufheben, Dani? Ja, das ist kein Spaß! Wiener! Was? Ich schmeiße die alle auf den Hausten. Lass du, Lisa, es markiert, ja? Okay! Lisa, rette dich mal davon! Ja, ihr machtet ja auch niemand! Auch einfach! Okay, los! Hau! Danke! Hey! Ah, du, du, du! Alter, der hat doch nicht erwaschen, du! Ich hab mir voll den Scheiß getrun, weil die komische Dinge immer ausläuft. So, Gruppe 3, kannst du mal kommen? Hey, Lisa! Ich hab das doch keinen Schluss gelassen! Mach's bei dir auch noch einen Moment! Nee! Stopp! Das war einfach so, wie ich bin! Ja, ich hab schon was anderes gemacht! Nein! Bisschen als was anderes! Ja! Was mit dem Wasser, wo ich das mache? Was? Deine Schliebe, ein bisschen chill! Hey, Olli! Hey! Hey! Ja! Hey! Da bin ich grad so! Ja! Oh, bitte schön! Ja! 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 Ja, grad so! Ja, bitte schön! Ja, Isar! So ein Kekse, so teuer, das liegt am Boden. Auf, anfeuern! Ja! 2 1 Auf, um mit anfeuern! Kein leiser gemessene 24 Zentimeter. Was ist denn so einfach? Die legen das. Schummeln, Willa, war das deine Kuppe? Nein! Da gibt es nicht viel zu schummeln! Wie ist es, wie ist es, wie ist es? Da fliegt schon die nächste, Timon! Die nächste warten mit aufs grüne Licht. Du musst doch hierbleiben. Da musst du wieder draufschreiben. Nee, das ist Gruppe 1. Das ist Gruppe 1, meinst du? Angst bin ich. Gruppe 6 hat angefangen. Ja. Okay, gut. Okay, jetzt fängt Gruppe 6 wieder an. Wieso ist da noch eine Rumpen? Ja, wir haben von 6 Rückwärtsbällern. So, warte! Alle weg, alle weg! So, du kamst jetzt, werf! Und dann, wenn du in die Hände noch mal weiter? Oh meinst du first... Schade! Das ist faul, ganz klar! Schade! Das wir dann wohl weiter haben. Sollen wir jetzt auch abstecken? So, Alter, sonst hast du ja gleich schon, dann weißt du, wer sie sind. Komm, einfach mal die Karte mit dem Motto. Jaddi, 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 Jaddi. Hinter mir. Gruppe 5, da war Gruppe 2. Jaddi, weißt du nicht mehr. So, bitteschön. Ach, dann gleich streitet einer die Kamera ab. Bittesch, Glitter, bitte. Glaube ich nicht. So, dass du halt den Mut hast, wenn ich rauskriege. Du darfst werfen, wie du willst. Wie du werfen willst. Wer dagegen wirst? Nee, das ist ja ein Handy. Auf Ellen, zeigst du uns Krabb. Äh, Lüft. Ich wollte dich spielen, dann lach ich halt. Patsch. Pett, 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 Pett. Pett, 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 Pett. Pett, 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 Pett. Pett, 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 Pett. Pett, 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 Pett Er ist aber so unfair. Start ist rein. Beiß zu. Der war nicht schlecht. Er war mehr als nicht schlecht. Michel, 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 Michel. Start ist frei. Michel! Ok, Gruppe 6 bitte wieder. Als ob das nur Mädchen was abgemessen hat die Abstände. Ich hätte nie gedacht, dass die Wuppflüsse mit dem Mund ein Ding so erwerben hat. So, Lukas ist dein letzter Versuch, das weißt du. Gib alles dein Status frei. Lukas, 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 Lukas! Einmal im Westmarken gesetzt. Auf geht's! Der war jetzt stark. Du, stopp! Hallo? Was? Das ist irgendwie am Rang. Scheiße, das ist echt nicht. Auch hier die ganze Mädels wird gesichert. Jetzt langsam wachsen wir den Pulli an. Machen wir gleich nachher die Spielpause? Wir haben sie eh umgebaut. Ja, klar! Ja, nie! Ja, nie! Ja, nie! Ja, nie! Ja, nie! Ja, nie! Das war nix! Wie, wir waren mit dir? Ja, ja! Das ist so. So, Kruppe 4. Rüttemberg, komm! Kruppe 5, ab! Kruppe 4, auf! Kruppe 4, auf! Dein Schuss ist frei! Jawoll, auf geht's! Jawoll, es war gut. Gut. Ja, bisschen weniger. Ina! 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 Ich bin der Marantan von Gruppe 3, bitte. Uli, geh mal zwei Schritte zurück, bitte. Danke. Genau auf die Startlinie. Eine Lasermessung 0,5 Zentimeter. Der Start ist frei. So, unser letzter Teebeutel Weizflug für heute. Miche, 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 Miche. Olli, wo fliegt der? Olli, der liegt da unten. Olli, der liegt eh schon weg. Wo ist der? Also, erster wurde Gruppe 6 mit Luca. Zwei von ihr wollt. Könnt ihr alle stimmen? Jule, Jule, Jule. Siehe wohl. Okay. Start ist frei. Lani, die müssen da durchstehen. Die müssen da durchstehen. Und Livia? Livia, das schaffst du. Wenn der Ball nicht gefangen wird, zählen sie auch nicht. Ja, das wäre sonst einfach. Okay, ein Feiern. Ulli, der ist ein umgültiger Versuch. Wieder hinsetzen? Ja, wieder hinsetzen. Versuch frei. Versuch umgültig. Lieber nicht so weit, sondern ein gültiger Versuch. Und los. Ja, das sind immer nur der weitesten, ne? Immerhin. Bereit? 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 Ungültiger Versuch? Versuch ungültig. Stimmung. Versuch hochzuwerfen. Versuch frei. Und in die Richtung. Was schaffst du net? Oh! Sabion, Sieg! Sieg Kruppe! 6 3 Punkte